Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 12.10.2022 und ich glaube, wir lassen mal besser unsere Rakete hier im schwarzen Loch versinken. Das hat unserem DAX jetzt die letzten Tage nicht viel Glück gebracht, wenn wir das betont hatten, dass es sich gut gemacht hat, kam am nächsten Tag immer wieder eine Klatsche. Immer dann, wenn wir gesagt haben, hier gibt ein Problem, das sieht nicht gut aus, hat es ihn eher in die bullischen Szenarien getrieben. Grundsätzlich stellen wir immer ein bullisches und auch immer ein negatives auf. Er hat sich zumindest, was die Titelbilder angeht, etwas antizyklisch verhalten. Zum Dienstag hat man darüber gesprochen, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass er hier nach oben rauszieht und drüber guckt. Und wir haben sehr intensiv darüber gesprochen, dass es sehr, 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 sehr wichtig für unseren DAX wird, wie er über der 400 sich verhält. Sollte er dort nämlich scheitern und einfach nach unten umkippen, direkt vom neuen Hoch wegverkauft werden und dann unter 200 fallen oder eben von Beginn an einfach unter 200 fallen, wäre das ein Verkaufssignal. Und genau das hat er, nee, nicht genau das hat er getan, sondern er hat oben den Bogen ausgelassen und ist gleich direkt runtergegangen. Also er ist auch so tief gestartet, dass er wirklich sehr präsent eigentlich den Großteil des Tages unterhalb der 12.200 verbracht hat. Man muss aber dabei nun festhalten, dass das jetzt nicht so lief wie erwartet. Also weder auf eurer Seite noch auf meiner Seite unter 200, unter, vor allem mit neun Wochen tief, hätte der DAX eigentlich stärker abverkauft werden müssen, wenn er denn in seiner Bewegung hier noch bleiben möchte. Ich meine, er hat genug Zeit. Ja, guck mal, wenn er das Bewegungstempo beibehält, kommt er genau auf den Punkt hinten im Ziel an. Aber dennoch ist es immer etwas ungewöhnlich, wenn der Markt neue Tiefs nicht mehr annimmt oder so schlecht annimmt, wie das hier der Fall war. Das kann oft ein Indiz sein, dass der Markt nochmal probiert, eine Stabilisierung zu erwirken, vielleicht sogar eine Trendumkehr zu erwirken. Und darauf sollte man sehr achten. Wir haben gestern auch schon mal darüber gesprochen, über eine mögliche Trendlinie, die brechen würde, wenn es denn den DAX oben rausträgt. Ich würde die mal so ansetzen. Ich meine, wir können sie auch nachziehen, aber es kommt immer wieder auf das Gleiche raus. Steigt unser DAX über die Hochs vom Dienstag nun drüber am Mittwoch, würde das einem kleinen Doppelboten gleichkommen. Es würde vor allen Dingen auch ein Fehlausbruch auf neue Tiefs nachkommen und somit Chancen auf der Oberseite eröffnen. Die Chancen, die sind dabei die gleichen. Das ist dann wieder die alte 450, die wird dann wieder Thema, die wird auch schwierig, die ist dann auch nicht so leicht zu zerstören. Aber er muss über dem Dienstag rausarbeiten. Er muss über die 12,270, um da weiter rauszukommen. Dann hätte er hier ein Gap-Kloss als erstes Ziel zum Vortag und dann eben die 400 und die 450 nochmal. Muss aber oben drüber kommen. Sollte der wieder nur so schwach einkommen, wie das jetzt schon am Dienstag der Fall war, und er öffnet uns unter der 12.100, wird es zunehmend brenzlicher. Er ist dann nicht nur unter 200, er ist dann auch unter der 100. Er verliert langsam hier seine Supports einfach halt und das sehr deutlich. Das heißt, sollte sich unser DAX unter 12.100 noch vergeben, wäre das die eine Bestätigung für die Verkaufssignale, die wir zum Dienstag ja schon gesetzt haben, aber eben noch nicht richtig verwandelt bekommen haben. Und das könnt ihr dann zum Mittwoch halt einfach angehen. Passt ein bisschen auf, wenn das nur so knapp unter die 12.100 geht und er drückt sich hier hoch, dann haben wir hier unten eine kleine politische Verkeilung drin, auch auf Stundenebene, das ist ganz lustig, wie der die Muster momentan im kleinen Timeframe, wie im großen Timeframe doppelt. Man sieht so viel, so viel ist gleich. Das hat man selten im DAX, dass man, das ist im Tagesverlauf sogar mal passiert, dass ich auf den Stundenchart geguckt habe und der Meinung war, ich habe einen 5-Minuten-Chart vor mir offen. Sehr, sehr, sehr interessant, aber soll eigentlich auch egal sein. Fakt ist, wir hätten dann hier eine politische Verkeilung. Die politische Verkeilung, also würde ich hier so sehen, würde in dem Falle, wenn, wirklich nur wenn, wirklich nur wenn das neue Tief bei 12.100 direkt nach oben weggezimmert wird und das wird so weggezimmert, dass es über 200 wieder steigt, dann hätten wir eine politische Verkeilung. Und die würde dann relativ dynamisch eben in die 400, 450 rein auflösen können, wenn unser DAX dann eben auch über die 12.000, 270, 12.300 kommt. Also da baue ich jetzt die Maus keinen Fahrten ab, egal wie wir es betrachten, egal welches Muster wir zur Rante ziehen oder zur Hand nehmen, er muss hier oben drüber, er muss über den Dienstag drüber, um bullische Signale zu liefern, um Entspannung reinzubringen, um auch sowas gegebenenfalls nochmal nach oben zu ermöglichen. Gelingt das nicht, würde ich mit weiteren Tiefs rechnen. Wir haben das auch gesagt, gestern schon unter 200 im Zweifel weiter auf der Short-Seite suchen, erst mal von der Long-Seite ablassen und so würde ich das hier genauso handhaben jetzt. Unter 200 ist er noch gefährdet, unter 100 ohnehin. Ja, und von daher kann er von hier auch ohne Probleme 12, 50, 11,830, 11,800 wieder erreichen und dann eben auch hier unten die kompletten anderen Zielbereiche. Ja, das ist es. Damit würde ich hier zumachen. Ich wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.